Direkt an der Schmalspurbahn Molli in Bad Doberan befindet sich das Hauptbüro der Anwaltskanzlei Hackendal und Mark Wotschulze. Seit 2003 erhalten sie hier sowie an den Standorten Kröbelin und Schwerin kompetente Rechtsberatung. Neben den Schwerpunkten Verkehrs-, Straf-, Familien-, Sozial- und Medizinrecht werden aber auch alle anderen Fachbereiche abgedeckt. Die drei Anwälte gewährleisten eine rechtlich und wirtschaftlich orientierte Problemlösung. Rechtsanwälte Hackendal und Mark Wotschulze